So, Seifer, Samstag, Zeit der Aufnahme, ich nehm gerade auch die JMC-Analysen auf und die ganze Zeit schreibe irgendwelche Hurensöner dazwischen, man, schon wieder, alter. Okay, JCC 2020, Psycho-Tossner, los geht's, halt die Fresse, du bist ein Hurensohn. Die Verständlichkeit, ja, Psycho und die Verständlichkeit sind nicht gerade die besten Freunde, aber er ist auf jeden Fall verständlich, als Capital Bra, das muss man ihm lassen. Ja, komm, ich würde sagen, vom Style her finde ich das tatsächlich besser, als das, was er sonst so in letzter Zeit gebracht hat, abgesehen von der Quali natürlich, aber ja, ich finde das tatsächlich nicht schlecht bis jetzt. Das wäre halt so viel geiler wahrscheinlich, wenn ich alles verstehen würde. Das ist halt leider dieses Psycho-Problem in meinen Augen. Die Verständlichkeit. Ich nehm die Flasche, dann lauf ich los. Grüß Jan, was für das Hausverbot, ich hab's absolut nicht verstanden. Grüß Jan, was für das Hausverbot, ich hab's absolut nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Grüß Jan, was für das Hausverbot, ich hab's nicht verstanden. Mann, das wäre doch sicher so viel geiler, wenn ich mehr verstehen würde, alter. Das ist halt wirklich so ein Problem bei Psycho. Das Ding ist halt, es ist nicht mal scheiße gemischt, das ist halt einfach seine Verständlichkeit, die halt nie vorhanden ist. Keine Ahnung, warum, warum man den nicht verstehen kann. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist halt wirklich dieses Problem bei Psycho. Verstand da. Hat er dieses Ali, das irgendwie verarscht oder so? Keine Ahnung. Ich glaub, ich muss mir das wirklich öfter anhören, damit ich das auch verstehe. Ja, aber die Hook war schon nice und der Einstieg in den zweiten Part. Aber das hat mir auch gefallen und ich hab's auch verstanden, tatsächlich. Bruder, der Typ macht mich halt auch wirklich nardisch. Der hat halt einfach ein Grill und macht da so ein Kräuter-Butter-Baguette. Alter. Am Psycho, Alter. Ich bin da nardisch. Ich arbeite nicht mal in der Wohnung mit Balkon. Heißt, ich kann auch kein Grill haben, alter. Psycho, das... Das find ich schade. Ja. Boah, alter. Ich werd so neidisch, wenn ich das sehe, man. Ja, ich lass einfach mal einen Like da. Ja. Den Like drück ich in den Reihen, aber... Ich hoffe, Cassius Clay kann meine Meinung zu dem Song ein bisschen nachvollziehen. Ja. Ich schau mir jetzt sehr gerne die Livestreams von Cassius Clay an und ja. Mal schauen, wie er darauf reagiert. Also ich find... Den Song find ich an sich geil, aber... An der Verständlichkeit harpert's mal wieder. Ja. Psycho ist natürlich sicher ein cooler Typ, aber... Verständlichkeit und Psycho sind zwei verschiedene Synonyme, leider. Man merkt dann eben, man macht auf jeden Fall das, was ihm Spaß macht. Psychos Gesicht. Verpixelt. Okay. Ja, kann man. Ich glaub, Psycho gibt daneben. Ja.